So, jetzt! Oh, Hostage! Oh, House vor allem! Ach du... Fuse! Ja, Fuse, genau! Probier das jetzt mal mit dieser bescheuerten Ehrlichkeitseinstellung. Vielleicht ist es ja wirklich besser. Die laufen wahrscheinlich nicht alleine rum, vielleicht. Äh, doch? Sollen wir mal irgendwas Nützliches mitnehmen? Nude oder Val oder so? Ja, dann nehme ich Val. Vor wir ganz unten. Heilige Scheiße, wie wollen wir das überleben? Ja, komm. Ja, komm, äh, äh, bitte einfach. Pick your shit out of me. Hey, wer ist das denn Ehrlich hier? Ist es Max? Ist es... You need to protect the Hostage to secure the room. Arschloch. Wo soll ich die Kameras auf... auf... ähm... Wo soll ich die... Oh, es gibt mir ein T-Shirt. Ich habe eine Drohne gehört. Ich habe drei Drohnen bekommen. New camera feed up and running. Finish to reinforce the wall! Wollt ihr Garage komplett so machen? Wollt ihr garage komplett so machen? Wollt ihr garagen komplett so machen? Ja, warte, ich muss gar nicht so... Ja, warte, ich muss gar nicht so ... Wir sind gerade nur ein Trude. Ich bin gerade nur ein Trude. 1.03 Uhr Lass offensiv verteidigen Ok die sind schon hier Haben die aufgemacht? Oh shit Die haben oben aufgemacht Scheiße So schlecht ey Ich hätte nicht aufgeben sollen Oben? Naja weißt du, dann kannst du zu mir rutschen Wo oben? Wer sind da? Ja die haben Blackbeard heftig Oh oh Ich bin das Wir sind da ne? Ah jetzt bin ich auch da Oh shit Was hast du das? Ja Das war ich Alles drin Hände dann die meine Nitrozelle zerstört What? Das ist ja geil so dach So Wo ist der drin? Links oder rechts? Ich weiß nicht der ist abgeseilt Ich dachte das wäre Hier Be advised Top 4 hat ein visual I'm a hostage Oh Von hinten Hinten Sie hat geflankt Von Jim Von Jim Von Jim Jim Außerhalb Sie ist drin Sie ist drin Sie ist jetzt ein Hogwarts von Jim Ah scheiße Alter das haben wir gut gemacht ey Ja das war wirklich Die sind wirklich gut aber Wollen wir rushen? Ja Ich Ich nehm Shotgun Recruit Die werden wahrscheinlich piken oder? Da sind wir mit Shotgun richtig am Arsch Meistens ist der Max, der spielt meistens. So, also ist er peaked? Ja. Ich weiß auch noch nie, dass jemand wirklich diesen Headglitch-Spot da angewendet hat. Auf Garage, ja. Ja, die werden diese Bandit-Trick machen. Auf jeden Fall. Diese Bandit-Punkstrick. Wir müssen frei noch, da werde ich versuchen rein. Ja, werde ich auch versuchen. 5 Sekunden bevor der Insetion. Wo sind wir die Krone? Ja. Ja. Okay, die werden diese Trick machen. Fuck mein Trick machen. Scheiße. Fuck. Oh Leute. Shit ey, ich hätte jetzt gesagt, mach mal ein bisschen Lärm, aber nein. Ich glaube, wir müssen zwei sein. Hatten die voll eigentlich IQ? Ich glaube, wir müssen zwei sein. Oh shit. Oh, warte. Warte, wir haben... Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Was macht er da? Was macht er da? Das ist ja eben ein Diener-Pickle. Okay. Ey, wir schaffen es nicht mehr eins. Das tönt, was ist das? Wieso sind wir so gut? Ich war da nicht drauf eingestellt. Ich denke, wir grufen ein bisschen nach oben. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wollen wir wieder unten oder was? Oh shit. Oh shit. Master-Bettroom würde ich fast sagen, oder? Okay. kranker wow, was ist denn mit dem los, alter, warum ist der so toxic? der macht uns immer so, der macht uns immer so was hat der denn bis jetzt hier, oha, alter schütz wir, die nächste barbarität ist die ganzen schütz, die in der mismosen Stens 10 Sekunden, Schering 5 Sekunden, nachdem wir zu Hause der Beweise was in der Art des Ausp właßt wird we dosen Ich habe einen Brauch hier gebraucht. Hier ist noch Sam hier. Welche Seite sind sie? Hier, hier, hier. Äh, ist die zweite. Oh, come on. Er bounced die da drauf, Alter. Wie krass ist das denn? Küche, ein Back. Yo, wie habe ich den nicht gequillt, ey? Äh, Back ist unten. Der ist unten. Ich sag Back, ich sag Back, ich töte ihn. Vettel rum, vettel rum, vettel rum, vettel rum. Ah, ist fertig, war nicht so. Wo sind die, Alter? Ich... Nehmen wir es bei der Geisel gerade. Ist da einer in Treehouse? Sicherlich, ja. Ist jemand in der Küche? Kannst du Kamera schauen, PC? Ist Küche sauber? Ja, einer ist Treehouse. Was ist Treehouse? Was ist Treehouse? Treehouse Treehouse. Oh shit. Wo oben? Ash ist bei der Kids Room. Ash ist oben jetzt. Der Kids Room ist immer noch, oder wie? Ash ist gerade zur anderen Seite gegangen. Workshop! Workshop, oder wie? Ja, Workshop Seite gegangen. Genau. Hier ist die Drohne. Drohne, Drohne, hier müssen die Drohne. Treehouse ist niemand. Nein, die sind beide hier. Nein, nein, nein. Thermite ist immer noch hier. Drohne, Drohne vom Workshop. Himmelsrichtung, oder Pink. Ja. Okay. Ash, ähm. Jetzt Thermite geht auf andere Seite. Aber oben. Die müssen gleich überraschen. Die müssen gleich überraschen. Oh shit, ich bin in Camp. Wo war der? Ja, der ist durch Küche rein. Und? Ach. Geiß, nein, Geißel, Geißel, Geißel! Geißel, Geißel! Geißel, Geißel! Nein, die sind nicht hier mit. Und er ist unten rechts. Oh, Gott, das kann nicht wahr sein. Wat the fuck? Wie hatte er in den letzten paar Sekunden noch... Er rascht einfach rein, mann. Ja, das ist ja... Ich hab eigentlich nur hingekommen So, jetzt ernsthaft Heute haben sicherlich Puls, das wird... Ja, jemand mit gutem Aim kann ja mal... Also, ich weiß nicht, wo sie sind. Entweder wieder unten oder... Matchpoint, haltige Scheiße! We need to locate the hostage Wow, ich war nicht vorbereitet, da Rocks so gerrappt zu werden Ja, Leute! Vor allem, wenn ich nicht in der Scheiß-Kamera gewesen wäre, dann hätte ich den Thermite so easy bekommen Die sind, glaube ich, schon wieder Keller, oder? Ne, doch nicht Keller? Ne, die sind da oben Wo sind die? Ah, die sind... Äh, die... Disconnected, oder? Was? 10 Sekunden für vier Insertions Kannst du das nachtschwein? Kannst du das nachtschwein, oder? Ne, wir sind drin... In welchem Raum sind die jetzt? Smoke war Master Bedroom... Ja, Master Bedroom war sauber Ja Ja, was ging jetzt da? Kannst du mich nochmal reinladen, oder? Kannst du dich schon öffnen? Äh, ja, ja, ja Ja, was ist denn jetzt los, hier? Wo sind die genau, das... Oh, hier Ist das die Kitchen? Ja, das ist die Kitchen Haben die das Polz? Das ist die Frage Drone is ready to go Smoke available Die sind ganz unten, glaube ich, oder? Ja Smoke is... Also ehrlich, sind sie doch Kitchen, oder was? Ja, doch Kitchen, ja Aber Kitchen... Ja, so, da an dem Hauptfenster Und der Master Bedroom sind sie Über der Garage direkt Was ist in dem Raum? Smoke links Ich hab nur Smoke drinnen Einer könnte Master Bedroom sein Ich hab ihn aufgemacht Unter dir ist Smoke Ja Smoke hat keine Brommel mehr Dinkelseite von dir... Wo du die Nate hingeworben hast Oh shit! Da liegt der... Rook... Rook war beim... Rook war beim Workshop Versuch mal mit ner Drohne reinzukommen Hat schon jemand, äh, Bad aufgemacht? Ne Äh... Rook ist... Rook war immer noch beim, äh... Äh... Ah, der Drone... Rook ist über dir, ja? Ja Ui Rook ist oben Unten könnte er aufhören Von dir aus rechts... Rechte Ecke Hinter dem Kasten ist er Welchen Kasten? Den da! Der, ja... Wenn er nicht zwitscht, dann Äh... Ich komm jetzt... Ich hol mir die Drohne jetzt Smoke ist so noch ein bisschen 10 Sekunden Ja da, da, da Ja da, da war noch nicht zwitsch Fuck, ich glaub die nicht Achso, das war der letzte, ich dachte schon Ja Boah, das... Das... Das war doch Patchout von dir, oder? Ja Immer wenn ich mich erschrecke Hahaha Das... Wir könnten nochmal Laundry gehen Und diesmal mit Mute und... Ähm... Bandit Ja, ich nehme Bandit Das ist ein guter Kombo Aber... Ähm... Pfalz, sag mal? Ne, oder? Aber der Pfalz Wenn du... Wenn du lauschen willst Dann halten dir halt mal die Schnauze Für ein paar sofort Ja, ja Ich mach ein... Hedge oben zu, oder? Oder ist sie egal? Kann ich draufkirren, wenn du willst? Ich mach... Oben zu Alter... Alter Koi! Was ist los mit deinem King? Ich weiß auch nicht, das ist... Komisch Eine Drohne in die Tür Eine Drohne ist weg Zweite Drohne ist weg Ich hab auch eine da Okay, dann fällt's noch eine Ist noch eine, ähm... Ja, eine hab ich im Jammer Ne, ne, doch nicht Okay, äh... Ich hab das alles zugemacht Ich hab die Location secure Ja, hebe eine auf, ähm... Weil halt... Damit sie sie nicht weg, ähm... Tollig? Oh, okay Und ich mach da einen Jammer hin Okay, die kommen Hier wird Köln da Ja Haltet ihr Treppe? Hält jemand, ähm... Training? Aha Achso, ich hab hinten... Hinten den Dann geh ich zu Billy halt Ja Mein Jammer ist... Oh, what the fuck? Wo? Der ist, äh... Der hat durch das Loch da gefliegt Ich weiß gar nicht Wie der da hingekommen ist Weil ich die ganze Zeit in die Ecke geguckt hab Ich hab den wahrscheinlich nicht gesehen durch die Explosion Hast ihn wahrscheinlich nicht gesehen durch die Explosion Okay, die wissen, dass ich hier bin Ich vermute, dass die Gyms noch sind Ich vermute, dass die Gyms noch sind Ich vermute, dass die Gyms noch sind Vielleicht Hände hat vorhin der geflankt, also So, es ist Blackbeard Ach so, Scheiße, es gibt ein Blackbeard draußen Du hast C4 Schmeiß es hin, solange der nicht piekt will, ne? Hä, wieso? Wo? Wo betrifft denn mich denn überhaupt? Äh, kann jemand Küche Hat jemand zu viel von euch? Äh, du kannst Smoke aus der Küche oben rauswerfen, wenn du reinkommst Dann kannst du sie weglaufen Ja, reiß das schnell runter und schmeiß den ganz eng raus Okay, ich bin fast tot Ich bin immer auf meinem, äh Fuck, der hat mich, ey Willst du mich verarschen? Ich bin voll behindert Oh Gott Sind die open oder? Ja, überdings Küche über Weihnachts, oder? Ne, gut, äh, Essen Das war Ash Nice Ja, die sind immer noch vor dem Garagentor, ähm Ja Ja Komm, er ist drin, er ist drin Er ist drin Alter, die Koordination von denen ist einfach so perfekt Ja Die gehen zur Geise Links, 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 links Pass auf Rechts 10 Sekunden weiter Was ist drin Was ist drin Oh wow Ah shit Das war nicht drin Ja Ja Aber Ja 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 Und da Ah Ok Untertitelung des ZDF, 2020